Das ist Croissant, wie man sieht, ein sehr verschmuster, liebebedürftiger Kater, der noch immer sein 5 Sterne zu Hause sucht. Leider erschwert ihn seine Diabeteserkrankung die Vermittlungschancen. Zweimal in der Woche muss ein Blutzuckerspiegel gemessen werden, was man aber ganz leicht zu Hause mit einem Blutzuckergerät messen kann. Dabei ist er auch ganz lieb. Trotzdem sollte man sich bewusst sein, dass im Falle eines zu hohen Werts ihm Insulin gespritzt werden muss. Wir wünschen uns für ihn eine reine Wohnungshaltung, da er Spezialfutter bekommt und kein Trockenfutter fressen darf. Wenn Sie sich bereit fühlen, sich dieser Aufgabe zu stellen und Croissant ein schönes Leben ermöglichen möchten, dann rufen Sie doch gerne im Tierheim viel Arbeit an.